Hallo, ich zeige dir, wie du dein iPad richtig löschen und zurücksetzen kannst, bevor du es verkaufst. Dabei wird auch die Wo-Ist-Funktion und damit die Aktivierungssperre deaktiviert. Das ist wichtig, damit klar ist, dass der neue Besitzer kein Dieb ist und das iPad auch aktivieren darf. Außerdem gebe ich dir wichtige Hinweise, damit du keine Daten verlierst. Komplett anschauen lohnt sich also. Trotzdem gibt es für eilige Kapitelmarker und die Möglichkeit, die Wiedergabegeschwindigkeit zu erhöhen. Ich werde das Ganze mit iPadOS 16 zeigen. Bei älteren und neueren Versionen können einzelne Bildschirme anders aussehen, die Vorgehensweise bleibt aber gleich. Los geht's mit der Datensicherung. Die empfehle ich dir vorab dringend, selbst wenn du auf Android oder Windows umsteigen solltest. Wenn du auf ein neues iPad umsteigst, dann kannst du alle deine Daten und Apps ganz einfach kabellos vom alten Gerät kopieren. Dazu legst du die beiden nebeneinander und entsperrst sie, beziehungsweise schaltest sie ein. Dann kommt auch schon dieser Assistent und führt dich durch die Übertragung. Eine genauere Anleitung verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Falls dein altes iPad diese Funktion noch nicht unterstützt oder du dich komplett von Apple verabschiedest, empfehle ich dir ein iCloud Backup. Öffne dafür die Einstellungen. Dann tippst du hier oben auf deinen Namen und danach rechts auf iCloud. Hier wählst du nun den Punkt iCloud Backup aus. Dann musst du nur noch auf Backup jetzt erstellen tippen. Falls es das bei dir nicht gibt, stelle sicher, dass die Backup-Funktion eingeschaltet ist. Je nach Internetgeschwindigkeit und Datenmenge kann das jetzt ein paar Sekunden oder Stunden dauern. Wenn dein Akku schon schwach ist, dann steckt das iPad lieber ans Ladegerät an. Übrigens sind in iPads Lithium-Ionen-Akkus verbaut. 0% und 100% Ladezustand schaden diesen Akkus. Aber dafür ist ihnen alles andere ziemlich egal. Ist die Datensicherung fertig, steht da einfach nur wieder Backup jetzt erstellen und darunter sollte heute mit der aktuellen Uhrzeit stehen. Wenn du nicht genügend iCloud-Speicher hast oder bezahlen willst, kannst du übrigens auch ein Backup auf einen Computer machen. Eine Anleitung dazu habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt. Dort findest du auch eine Anleitung, um das Backup dann auf deinem neuen Gerät wieder herzustellen. Außerdem kannst du von Apple gratis mehr iCloud-Speicher für den Gerätewechsel erhalten. Dazu gibt es auch Infos in der Videobeschreibung. Als nächstes musst du die Diebstahlsicherung deaktivieren. Sonst kann der neue Besitzer nichts mit dem iPad anfangen. Bei neueren iPadOS-Versionen ist dieser Schritt in das Zurücksetzen integriert. Ich zeige es aber separat, denn das funktioniert bei neuen und bei alten iPads. Tippe hier oben auf den Zurück-Pfeil und gleich nochmal auf Zurück, damit du wieder in der Apple-ID-Übersicht landest. Von der wollen wir uns jetzt nämlich abmelden. Die Schaltfläche dafür findest du ganz unten. Wenn du dir wirklich sicher bist, dass du deine Daten erfolgreich auf ein anderes Gerät übertragen hast, dann kannst du jetzt auf Abmelden tippen. Natürlich musst du das mit dem Kennwort deiner Apple-ID bestätigen. Sonst könnte ein Diebier einfach selbst die Diebstahlsicherung ausschalten. Hier unten kannst du auf die gespeicherten Passwörter zurückgreifen. Solltest du ein so wichtiges Kennwort nicht gespeichert haben und auch nicht wissen, kannst du es mithilfe des Gerätecodes zurücksetzen. Das ist der Code, den du auch zum Entsperren des iPads verwendest. Ich weiß mein Passwort aber und geb's mal eben schnell ein. Danach kannst du hier oben auf Deaktivieren tippen. Es dauert ein bisschen und dann kommt dieser Hinweis. Hier wird dir angeboten, eine Kopie von diesen iCloud-Daten auf dem iPad zu belassen. Da du eh alles löschen willst, macht das keinen Sinn. Tippe einfach auf Abmelden und bestätige es nochmal, wenn du dir sicher bist. Das Abmelden bei Apple kann jetzt ein paar Minuten dauern und dann sieht es bei iPadOS 16 so aus. Bei anderen Software-Versionen sieht es vielleicht anders aus, aber recht ähnlich. Nun haben wir sichergestellt, dass der neue Besitzer das iPad benutzen kann. Als nächstes löschen wir alle Daten, damit er die eben nicht benutzen kann. Dafür tippst du in den Einstellungen auf Allgemein. Dort findest du ganz unten die Schaltfläche iPad übertragen zurücksetzen. Seit iPadOS 16 kannst du hier auch nochmal die Übertragung auf ein neues iPad starten. Bei früheren Versionen sehen diese Bildschirme eventuell anders aus, die Vorgehensweise bleibt aber die gleiche. Bevor du nun weitermachst, solltest du nicht nur sicher sein, dass du alle wichtigen Daten erfolgreich auf ein anderes Gerät kopiert hast. Du solltest es auch testen. Öffne zum Beispiel auf deinem neuen Gerät die Banking-App und überprüfe, ob du diese nicht erstmal auf deinem alten Gerät freischalten musst. Manche Messenger-Apps, zum Beispiel Signal, erfordern, dass du mit dem alten iPad einen QR-Code auf dem neuen Gerät einscannst. Machst du das nicht, verlierst du alle deine alten Chats, weil die nicht im Backup enthalten sind. Auch manche Spiele, wie zum Beispiel Candy Crush, unterstützen nicht die Sicherung im Backup. Hier musst du dich auf dem alten iPad mit einer E-Mail-Adresse registrieren. Dann wird dein Spielstand automatisch beim Spieleentwickler gespeichert. Erst wenn du dich auf dem neuen Gerät mit der gleichen E-Mail-Adresse anmeldest, wird dein Spielstand wiederhergestellt. Das sind nur ein paar Beispiele. Überprüfe alles, was dir nur halbwegs wichtig ist, erstmal auf deinem neuen Gerät, bevor du dein altes iPad zurücksetzt. Falls du übrigens noch kein neues iPad hast, dann kauf es gerne über meine Partner-Links in der Videobeschreibung. Du bekommst dadurch einen super Preis und ich bekomme vom Händler eine kleine Provision. Vielen Dank schon mal für deine Unterstützung. Sobald du dir sicher bist, tippst du hier auf alle Inhalte und Einstellungen löschen. Dabei wird wirklich alles sicher gelöscht. Sämtliche Daten inklusive Fotos, Dokumente, Apps, Kontakte und so weiter. Auch alle Einstellungen werden zurückgesetzt und sind danach wieder so, als wäre das iPad frisch aus der Schachtel gekommen. Das kannst du hier auch nochmal lesen und dann auf Fortfahren tippen. Damit das niemand machen kann, um dich zu ärgern, musst du das Löschen noch mit deinem Gerätekode bestätigen. Ab jetzt gibt's kein Zurück mehr. Je nach Speichergröße kann das Löschen ein paar Minuten dauern. Schwächelt dein Akku, solltest du das iPad lieber an den Strom anschließen. Wenn das Löschen fertig ist, kommt der normale Willkommensbildschirm. Wie bei einem neuen iPad. Durch langes Drücken der einen Aus-Taste kannst du es abschalten und dem neuen Besitzer übergeben. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann gib mir bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann gib mir zwei Daumen runter und beschimpf mich wirst in den Kommentaren. Falls du meinen Kanal unterstützen möchtest, lass gerne ein super Thanks da. Und wenn du keine neuen Videos mehr verpassen willst, dann abonniere gratis meinen Kanal und aktiviere auch die Benachrichtigungsglocke. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau.